Von der Business-Limousine zum Hightech-Wunder. Mit der E-Klasse geht Mercedes einen großen Schritt in Richtung autonomes Fahren. Vergisst aber auch nicht, dass wir gerne mal selber Spaß haben. Wie bisher bleibt die E-Klasse ein Typ mit zwei Gesichtern zur Wahl. Gewünscht hätten wir uns etwas kleinere Spaltmaße und vor allem mehr Differenzierung zur C- und zur S-Klasse. Aber für sich sieht sie natürlich durchaus elegant und sehr schneidig aus. Innen gibt es erstklassige Sitze und ein wunderschönes, bis in jedes Detail hinein liebevoll exzellent gemachtes Cockpit. Unser Kompliment. Dazu natürlich ein paar nette Spielereien wie 64 Farben für die Innenbeleuchtung oder natürlich die beiden riesigen, leider auch teuren, aber brillanten Monitore. Beim Platzangebot bleibt das große Aha-Erlebnis aus, aber an sich ist es sehr großzügig. Besonders großzügig sind die Assistenzsysteme. Die E-Klasse wechselt jetzt bis zu 45 Sekunden sogar freihändig alleine die Spuren. Sie parkt natürlich jetzt ohne Pedalbedienung alleine ein oder auch ganz autonom via Handy-App von draußen gesteuert. Aber auch selber fahren ist entspannender als jemals zuvor. Wir staunen, wie behende und wie leichtfüßig die E-Klasse geworden ist. Das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne. Natürlich verleugnet sie trotzdem nicht ihren Kern und der heißt Schwebekomfort erster Güte, der den Maßstab in der Oberklasse setzt. Und gestaunt haben wir schließlich auch über den neuen Basis-Diesel E220D, dessen 194 PS für strammen Vortrieb sorgen. Somit ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken leisten können. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Das ist ein tolles Multitalent für jene, die sich das ab knapp 58.000 Franken verletzt. Vielen Dank.